So, hallo, ein kleiner Test, kurz, äh, Lobby-Anzeigen, Helm-Sharp-Zuschalen, ich guck einfach mal, was das Spiel so hergibt. Ehrlich gesagt, das sieht in der Aufnahme besser aus als im Game, von der Qualität her, wenn ich mir das gerade, ich kann es gerade so ein bisschen vergleichen, ich hab beide Bildschirme offen. Und das sieht, ehrlich gesagt, in Game bedeutend, äh, kurz, Mikrofon neu aufsetzen, bedeutend besser aus. So, dann gucken wir einfach mal. Willkommen bei Dota, in der Tutorial bringe ich die Grundlagen bei der Starhose, Helm und, ich lese es nicht vor, ihr könnt es selbst lesen. So, dann bitte zum Beispiel, wenn ich den, ich bitte kungen, alles in die Position zu schärven. So, dann geht es um Wärme, dass ich das, was nicht vor, ihr könnt, dass es nicht vor, ihr könnt es nicht vor, ihr könnt. Ansonsten, also habt ihr auch noch nicht vor, ihr könnt, dass es nicht vor, ihr könnt ihr wennet, wenn ihr den Kuhl-Maschen Fälle, sie es nicht vorankert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So ist es ja aktuell nicht ganz so viel Ton, würde ich mal sagen. Ich bin ja relativ ruhig, da ich mich gerade erst mal ein bisschen durchs Tutorial lese. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen. Und nun... Ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig. Ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig. Ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig. Gut, hat ja richtig Erfolg. Ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig. Ich bin ja relativ ruhig, da ich bin ja relativ ruhig. Aha. Vielen Dank. 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 Ciao.